Nur die Wörter, also ich kann auch andere benutzen. Also du darfst jetzt nicht yes oder no oder so. Noelle, dann laufen deine 90 Sekunden ab jetzt. Grüezi Noel. Grüezi. War das so richtig ausgesprochen? Definitiv. Also auch nicht ganz falsch, also schon gut. Es war schon für den Anfang ganz gut. Was darfst du bei dem Spiel nochmal nicht sagen? Zwei bestimmte Wörter. Sollen wir starten dann jetzt? Können wir machen. Mit privaten Fragen? Lieber nicht. Doch. Du bist in Kanada geboren, oder? Ich bin in den USA geboren. Ach, in den USA? In Kalifornien? Das ist richtig. Bist du da auch zur Schule gegangen? Natürlich. Hast du da neben Fußball auch Lacrosse gespielt? Ich habe eigentlich nur Fußball immer gespielt. Bist du in deiner freien Zeit, wenn du frei hast, Urlaub öfter mal in den USA? Eher nicht so, weil es schon relativ weit weg ist und wir haben ja leider nicht so viel Freizeit. Interessierst du dich auch für die Major League Baseball? Nicht wirklich. Also ab und zu schaue ich mal ein paar Resultate nach, aber so regelmäßig verfolgen tue ich es nicht. Dann kommen wir zu was anderem. Magst du Schokolade auch? Das wollte ich gerne auch. Danke. Das war ganz gut, oder? Ich glaube, du hast nicht einmal Ja oder Nein gesagt. Ich habe ab und zu schon mal ein bisschen gekämpft, muss ich sagen. Ja, das hat man gesehen. Ich habe ab und zu schaue ich gerne. Danke.